Alles in diesem Universum vibriert, von den mächtigen Galaxien bis zu den kleinsten Atomen. Das Prinzip der Vibration lehrt uns, dass nichts stillsteht, alles bewegt sich, alles vibriert. Dieses Prinzip, das in vielen wissenschaftlichen Theorien wie der Quantenphysik zu finden ist, zeigt uns, dass die Frequenz und Energie, die wir aussenden, unsere Realität beeinflussen. Jeder Gedanke, jede Emotion sendet eine bestimmte Frequenz aus. Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Menschen positivere Erfahrungen machen als andere? Es könnte an ihrer inneren Vibration liegen. Ein Tipp, um ihre Vibration zu erhöhen, ist die Praxis der Dankbarkeit. Indem Sie sich täglich auf das konzentrieren, wofür Sie dankbar sind, können Sie Ihre Energie und Ihre Erfahrungen positiv beeinflussen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ihre Vibration steuern und Ihr Leben verbessern können, drücken Sie den Gefällt-mir-Button und abonnieren Sie den Kanal. Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und freuen Sie sich auf das nächste Kapitel dieser faszinierenden Reise. Spiele Und das ist der Kabel. saw .